Ich mag die. Hätte ich dir morgen mitgebracht, wenn ich noch was davon hätte. Ich glaube die letzte. So achtest du auf mich. Entschuldige bitte, ich dachte du kennst das. Nee. Ich habe das echt durch Zufall mal gesehen. Einfach zwei Flaschen mitgenommen. Mooncakes. Schneidet Schokolade, eine Wassermelone oder eine Erdbeere und mischt sie dann mit einem Ei und mehr zusammen. Gibt die Mischung dann in den Ofen. Mooncake. Aha. Ob das Rezept schmeckt? Wassermelone, wenn sie gebacken ist, schmeckt doch nicht, oder? Hallo Sparky. Pass auf. Fang. Oh, das geht nicht. Okay, kann ich helfen. Alles führt in den Müll einmal. Achso, Moment. Ich habe ja das Ding hier. Ja. Was hast du getan? Du musst das Knopf also schon drücken. Hast du nicht gerade den Knopf gedrückt? Nope. Der ist nur immer eine Zeit lang. Ey. Gibt es eigentlich mehr Mehl? Das war aus Versehen. Hier, Schokolade. Ich brauche Schokolade. Hier. Und ich brauche Wassermelonen. Das, die bringen wir auch eine bergische Spezialität. Eine bergische Spezialität? Erdbeere brauche ich nicht. Nehmen wir aufs Knöpfle. Ja. Was war es mit der Wassermelone? Hier, Torsten, da. Meine Mischung kommt. Du musst backen. Oh, das war aber knapp hier. Okay. Äh, ich habe Teller warm. Der muss sowieso abgeben. Ja, ich weiß. Hier, wo war der? Das Knöpfle? Alter. Was ein Stress hier. Achso, das ist ja meins. Äh, hier. Das muss gebacken werden. Hm? Drück, 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 drück. Okay, ich gehe schon aus dem Klo. Drück, drück, drück. Mal Schokolade. Ja, dann gib mir Schokolade. Hier. Achso, drück doch. Genau. Das ist Stress. Drück, 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 drück. Halt, gosch. Ja, ja, dann soll ich auch noch abwaschen. Sonst geht es euch gut, oder was? Ich glaube, es geht los hier. Also, ich weiß noch was los. Ich finde es entspannend. Ach ja, hier. Ich brauche Schokolade, by the way. Ich nieder Schokolade. Ach, Schoko, Schokolade. Ich schmeiß gleich mal mehr Schokolade rum. Was soll man denn hier auf eine vernünftige Punktzahl kommen? Ich habe keine Ahnung. Ach so, Knöpfle? Ja, ich tue... Ich spamme den Knopf. Spamme ich? Yes. Stress! Stress mich nicht! Du blöder Mixer. Ich schaue dir mal gleich Schokolade rum. Yes, sir. Du blöder Mixer. Gib mir. Ich warte immer auf die Schokolade. Was sagst du hier? Bitte schön. Und du warte mal hier. Nein! Geh zurück! Ich bin nicht allein. Ich hab's. Ich krieg das hin. Ich kann das. Okay, hier. Drück knapp. Gib ihn. Ah, danke. Geht eh nix mehr. Egal, mach jetzt. Der will zählen. Wenn sonst nix geht, dann hast du's wenigstens zu tun. Halt's ab. Immer fest hier drücken. Okay. Hier, gibts ne Mischung. So stressful. Danke. Soll ich damit machen? Und die Lippen einreiben? Was ist los, die Schüssel? Es ist alles voll liegen. So. Ich hab keine Ahnung, was man hier an Punkte brauchen hat. Miep miep. Du kriegst nen Teller zurück. Oha. 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 Scheiße. So wie kann das, siehst Profi. Hm. Rückwärts gelesen heißt das, äh, E-Forb. Ich bin ein E-Forb. Die Akku hat wirklich gelesen. Ich bin rückwärts. Einfach. Achtung, er gerade kommt? Ja. Gib mir der Schucki. Ja, Schucki kommt. Noch ne Schucki kommt. Ich schucki dich ein. Ich bin bereit, wenns kommt. Ich bin bereit, wenns kommt. Ich bin bereit, wenns kommt. Ich hab mal wies. Ich drück einfach per mal auf diesen Knopf. Ist mir egal, ob es grün ist. Drück drauf. Ich drück da schon mal Schucki. Hier, ich geb dir zwei Rezepte. Das ist Schucki. Das ist Schucki. Das ist Schucki. Das ist Schucki dich ein. Und wo ich verstehe. Kann man das? Das ist Schucki. Frisch kommt. Gib mir der Schucki. Ich hab hier Schucki noch nicht. Dann brauchst du Erdbeeren immer mehr lohnen. Ach scheiße, jetzt hab ich da Schokolade reingemacht, weil du mich durcheinander gebrennt hast. Harrrrrrrr. Fackert Zement noch eins. Ja, du musst es nicht aufgeben sein. Ja. Kommt noch einer. Du schnimmelst denn die ganze Zeit Melonen für mich? Warum wollen die alle Melonen ruchen? Egal. Egal, der kommt sowieso irgendwann an. Ist scheißegal. Wartung. 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 Da kommt links für dich. Wartung. Nein. Du hast einen. Du hast einen. Warum tut's denn das? Ich brauch einen Teller. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Zur Hilfe? Du hast einen. Und geh nochmal. Auf zu heulen. Drück knapp. Andaka, amigo. Mann 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 Mann. Einmal mit Profis. Also ein einmal mit Profis. Ei ei ei. Tosch rollt wieder. Ja ne. Du am Rollen, Seduca. Ich? Achtung. Essen kommt. Ich bin am Rollen Ja, ich bin am Rollen Rollen mit der Hobies Ja, Rezept kommt Ja, Schoki kommt auch noch Vielleicht kann Keine Ahnung, ob ich es braucht Hä? Ja, die Schoki glaube ich leider nicht mehr Aber Hauptsache der schmutzige Tender Kommt bei mir an Das ist alles was zählt Okay, hier Torsten, drück mal Knopf Drück Knopf Drück Knopf Ja, 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 ich hab doch gedrückt Ich hab gedrückt, wie so ne weh, Leute Ich hab doch gedrückt Ich hab doch gedrückt Ich hab doch gedrückt Ich kann noch nix dafür Ja Torsten, ich hab keine Wassermelonen mehr Hehehe Ich schätze hier, ich hab keine Wassermelonen Wird zu viel, jetzt hat's egal, keine mehr Drück auf'm Button Ich kann nicht auf'm Button drücken, ich bin im Stress Moment Hier Ich bin im Stress, lass mich Ich Warum machst du das? Warum tust du das? Hä? Torsten, warum tust du das? Erkläre dich Aua, unblicklich Erkläre dich Okay, Torsten Kommt nicht mehr zurecht Okay, Torsten Ja, jetzt Zeig mir doch mal was Ja, hier! Jetzt Torsten kaputt Arrr, arrrr Ich bin eine Melonen-Tata Torsten Okay, ich wollt grad sagen Achtung Hehehe Nein Ich muss so viel weinen Hehehe 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 Ah Okay, Continuance Jetzt streng dich mal an Continuance Ja, das Hahaha Ja, ich Wir machen ja Continuance und ziehen ab zu mir So, Mikey Da nimm deine Erdbeeren Hehehe Ja, das ist schon okay Hehehe 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 Ja, hallo Ich mach ja Continuance Und du Treust wieder nur Hehehe 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 Wie war's denn? Ich warte auf Zutaten Hehehe 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 Ich hab gar nichts gemacht Hehehe Okay, drück Knopp Hehehe 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 Geht nicht Oh, Gott, oh, Gott, Oh, Gott, Oh, Gott, Oh, Gott, Oh, Gott, Okay, Schnell Drück auf deinen Knopf, dann kriegst du die Melone Okay Ich brauche auch nicht zu treuen Hallo Ich hab gar nichts gemacht Ich sehe, wie sie nur am treuen ist, Chat Gar nie, ich treue gar nie Ich bin nur am treuen, die Frau Gar nie Okay, die Melone wollte einfach nicht Sie wollte einfach nicht Hallo Kuchen Okay, drück Knopf Beides am Put Äh Hallo Was denn? Warum hast du das getan? Sag doch einfach, dass du meine Sachen nicht möchtest, oder? Hier, jetzt habe ich einen Belone Hier, du kriegst einen Shake Du kriegst einen Fähre, was du belohnt Couscous geht raus mit 200 Bits, Nelly Ich bin stark verwirrt Was hier passiert Lass doch das Ding in den Apfel einmal fahren Nein, das ist ein Smoothie Ich brauche Schokolade Ja, kriegst du Rücken Ich brauche mehr Schoki Drück einfach aufs Nöpfel Kreuz Bierbaum da Und Abfahrt mit die Teller Sacre Cement, no Wines Okay, drück Knopf Knopf ist gedruckt Schnell Aber Hachi Schnell, mein Bruder So, warte mal, da muss ich ein Ei rein Komm zum Reiten, sonst wird er wieder schlecht Hier Tschakalina Ja Warte, was fehlt mir gerade? Ach, Schokolade Du bist schuld Ich bin euch unterwegs Drück auf den Knopf Drück auf Drück auf Wettenschweinestall Bei dir schaut es aus wie im Schweinestall Ach, lass mich in Ruhe Das muss so Das ist einfach voll normal Sieht es bei dir so nicht aus in der Küche? Knopf Flamirone Achtung Knopf Ja, ich Habe gemacht Drück du lieber da deine Deine Knöpfe Essen kommt zurück Rrrrrr Oh Gott Okay, Glück ab Ich komme Ich komme Kuchen Ich komme Zur Hefe Möchte ich noch was vermischen Ich habe einen Teller Die Schüssel muss ich einfach fahren, weil Ne? Verstehst du? Mach das So, hier So, da muss eine Erdbeere rein Und da muss auch eine Erdbeere rein Schoki unterwegs Oh, keine Schoki Und grad bei anderen Rezepten Drück den Knopf Ich hab noch was bei mir kann man vom boden essen im wahrsten sinne des wortes schau wie schön ich flitzen kann ich will sogar nach amsterdam also es war schon besser ja geil ich finde wir sind voll gut ich weiß noch was die animale haben wir werden ja nur gemobbt ich habe so viel gelacht ich muss jetzt echt mal dringend pipi kurz ein augenblick geduld ein geduld augenblick